Was essen wir heute zum Mittag? Ist die wohl häufigste Frage in Unternehmen. Wer nichts dabei hat, geht in die Kantine, zum nächsten Imbiss oder bestellt beim Bringdienst. So richtig abwechslungsreich, frisch und gesund ist das oft nicht. Dass man mittlerweile in der Mittagspause ausgewogen und vielfältig essen kann, zeigt die Hofmann Menümanufaktur. Mit einem modernen Mittagsangebot beliefert sie Betriebe, Schulen, Kindergärten und Seniorenheime, wie Geschäftsführer Frank Hanses erklärt. Wir sind ja eine Großküche, die man sich so vorstellen kann, mit einer angeschlossenen Metzgerei. Wir kochen jeden Tag unsere Produkte frisch, füllen die ab und wir sagen dazu frisch gefroren, geben die dann in einen Gefrierprozess, um die Nährstoffe, die darin enthalten sind, wie Vitamine und so weiter, anzuhalten. Das heißt, wir halten die Produkte an, indem wir sie tiefgefrierend zum Kunden liefern und dort werden sie wieder frisch zubereitet und der Kunde kann sie essen, als wenn sie wie gekocht wären. Die maßgeschneiderte Verpflegung mit tiefkühlfrischen Menüs ist die Kernkompetenz der Manufaktur. Rund 200.000 Gerichte werden pro Tag gefertigt. Bis zu ihrer Auslieferung lagern sie hier in Boxberg-Schweigern. Von Rouladen mit Rotkohl und Kartoffeln über vegetarischen Reis mit Gemüse bis hin zu Pfannkuchen mit Vanillesoße. Die Qualitätssicherung fängt an sich schon bei unseren Lieferanten an. Wir versuchen regional zu sourcen, versuchen die Region zu stärken. Wir kriegen jeden Tag 5000 Liter Frischmilch angeliefert. Wir haben die eigene Kartoffelschnittproduktion, die uns täglich bis zu 40 Tonnen Kartoffeln anliefert. In der Wareneingangskontrolle kommt die erste Qualitätskontrolle, entspricht es unseren Anforderungen, entspricht es unseren Bestellungen. Und was sie frisch angeliefert bekommen, das fängt beim Fleisch bis hin zu den Zutaten an, haben sie in der Qualitätskontrolle ganz oben, dann wird es frisch gekocht und halt eingefroren und ab dem Tag ist das Gericht haltbar zwischen sechs und zwölf Monaten. Neben der Qualität der Rohstoffe spielt auch deren Zubereitung eine entscheidende Rolle. Besonders hier zeigt sich der Unterschied zu industriellen Herstellern, weiß Marketingleiterin Jennifer Kur. Es ist ein Unterschied, ob etwas industriell hergestellt wurde oder von Hand gerollt. Man wird die Liebe schmecken. Wir haben wirklich viele Menschen hier arbeiten, die von Hand die Roulade zusammenstecken, von Hand die Pfannkuchen zusammenrollen, die Cordon Bleus sind von Hand gesteckt, die Schaschlicks sind von Hand gesteckt, es wird von Hand abgefüllt. Auf die Herkunft der Zutaten legt die Menümanufaktur großes Augenmerk. Durch die exklusive Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Schweinezucht Baden-Württemberg mit Sitz in Boxberg, die auch das Urschwein wieder züchtet, hat das Unternehmen die Produktionskette in eigener Hand. Zurück zu den Mittagsmenüs. Über 50 Köche stehen an großen Pfannen und Töpfen, um die vielfältigen Menüs zuzubereiten. Mehr als 500 Gerichte umfasst die ständige, oft auch saisonale Menükarte. Damit es den über eine Million Essern auch schmeckt, ist der direkte Kundenkontakt wichtig, erklärt Michael Leuschner, Leiter der Digitalisierung. Wir haben heute die große Herausforderung, genau wie unsere Mitbewerber auch im Markt, unsere Esser besser zu verstehen und wirklich sehr nah an sie heranzukommen. Ansonsten wird das der Markt auf lange Sicht sicherlich von selber lösen. Wir sind direkt im Markt, wir sind direkt bei unseren Kunden, wir haben keine Brücke mehr dazwischen. Wir sind auch direkt bei den Konsumenten, die es letztendlich konsumieren. Und die geben uns ihr wertvolles Feedback und helfen uns, in Zukunft sehr nah an allen Markttrends traurig zu sein. Neben zahlreichen Kantinen und Seniorenheimen beliefert das Unternehmen auch Schulen, Kindergärten und Kitas. Eine spezielle Herausforderung, denn gerade die junge Zielgruppe ist besonders kritisch beim Essen. Bei den Schulen ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Da muss man die Kostform wahren, man muss gucken, dass das, was das DLG vorschlägt, die Gesellschaft für Lebensmittel, dass man darauf achtet, dass es nicht zu salzig ist, nicht zu fettig ist, nicht zu viel Zucker enthält und trotzdem schmeckt. Trotzdem versuchen wir auch hier dem Kindgeschmack gerecht zu werden, sind aber immer wieder überrascht, dass auch die Kinder gerne Gemüse essen und viel Gemüse essen. Man muss es nur richtig präsentieren. Und so besucht das hauseigene Team für Ernährungsberatung regelmäßig Elternabende in Schulen und Kindergärten, um die kindgerechten Menüs vorzustellen und verkosten zu lassen. Dabei geben sie auch Einblicke in das Unternehmen. Dieses besteht aus unterschiedlichen Einrichtungen. Neben einer eigenen Metzgerei und Pfannkuchenbäckerei gibt es noch eine weitere besondere Abteilung. Wir haben eine eigene Gewürzküche, die die ganzen Gewürzmischungen hier zubereitet. Das heißt, wir arbeiten nicht mit zugelieferten Gewürzen und können damit auch sicherstellen, dass es größtenteils clean ist. Das soll heißen, dass wir auch keine Geschmacksverstärker nutzen, was uns wirklich sehr wichtig ist. Deswegen, soweit es irgend geht, vermeiden wir auch Hefeextrakte. Wenn man dann die eigenen Gewürzmischungen macht, hat man ganz andere Möglichkeiten, auch hier im Gewürz und auch im Geschmack intensiver zu werden. Durch Kräuter, durch ganz klassische Elemente, die wir eigentlich auch zu Hause benutzen. Das Unternehmen aus Baden-Württemberg besteht seit 60 Jahren und geht bei seinem Menüangebot stets mit der Zeit. Die Hausmannskost ist über all die Jahre ein fester Bestandteil und passt sich dabei aber Foodtrends wie Low Carb, Bio, Vegetarisch, Vegan bis hin zu eiweißreichen Gerichten an. So umfassen die wechselnden Menükarten eine große Vielfalt. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Produktentwicklung ist ein sehr, sehr großer Bereich bei uns. Zum einen ist es so, dass wir natürlich auch den Markt beobachten und screenen. Soll heißen, dass wir auch selber mal gucken, was ist gerade Trend, was ist gerade in. Wir gucken uns auch ganz genau an, wie wir das umsetzen können. Und natürlich gehen wir dann auch in die Innovation. Es kann aber auch sein, dass wir uns Klassiker angucken, wie auch eine Roulade, ob man die nicht mal mit anderen Beilagen macht. Oder klassischerweise ein Züricher Geschnetzeltes vielleicht leicht pinnt. Also das ist auch eine Produktentwicklung. Damit jeder zum Mittagessen auch das bekommt, worauf er Appetit hat, können die Angestellten der belieferten Betriebe bei der Auswahl der Gerichte mitentscheiden. Direkt über die Webseite von Hofmann. In der Vergangenheit war das ja ein furchtbar manueller Prozess. Das heißt, in kleinen Unternehmen können Sie ja als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sicherlich an Ihr Kantinenpersonal gehen oder vielleicht auch an das Sekretariat, wenn es kein allzu großes Unternehmen ist und sagen, ich wünsche mir gerne. Je größer Unternehmen werden, und diesen Trend sehen wir ja, desto anonymer wird das Ganze. Und das ist genau dort, wo die Plattform eingreift. Die Esser haben die Möglichkeit, sich ihre Gerichte anzuschauen. Die finden Sie gebildert und können dort quasi auf dem elektronischen Wege der Gastgeber mitteilen, was sie sich wünschen. Sie sieht, wie häufig diese Gerichte gewünscht wurden, welche präferiert sind und es ist erstaunlich, welche Ergebnisse dabei zu haben. Die Einbindung der Kunden ist wichtig, denn nur so können die Gerichte perfekt abgestimmt werden. Das zeigt sich dann auch in Abverkaufszahlen. Bei der Hofmann Menümanufaktur kommt es aber nicht nur auf den guten Geschmack an. Auch die Nachhaltigkeit liegt dem Unternehmen am Herzen. So wurde eigens eine biologisch abbaubare Verpackung mit dem Namen Biopap entwickelt, die nun mit dem Goldpreis des Deutschen Verpackungsinstituts in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde. Die Einführung unserer 100% plastikfreien Verpackung hat den Sinn und Zweck dahinter, dass wir nicht nur einem Trend folgen wollen, der gerade da ist, sondern wir wollen Ideengeber, wollen Impulsgeber sein für die Branche, investieren dort dementsprechend rein und wir haben eine 100% plastikfreie Verpackung, die 100% auf Zellulose besteht und somit nach 90 Tagen in jedem Garten zu Biomüll geworden ist. Und das ist der Vorteil dieser Verpackung. Das ist ein Trend am Markt, der uns wichtig ist und den wollen wir weiter gestalten, um dort auch eine neutrale Produktionsverpackung darzustellen." Das Unternehmen möchte den ökologischen Foodprint neu definieren und die Nachhaltigkeit bis hin zum Esser gewährleisten. So wurden bereits mehrere Millionen Euro in die Herstellung der umweltfreundlichen Menüverpackung investiert, die ohne PET und Plastikfolie auskommt. Und auch in Zukunft will Hofmann Farbe bekennen. Unser Ziel ist, eine grüne Kantine respektive eine grüne Manufaktur zu bauen, CO2-Neutralität darzustellen und das sind die Trends, die in fünf Jahren hier sein werden. Wer neugierig geworden ist und die Menüangebote einmal ausprobieren möchte, kann das gerne in seinem Betrieb anregen, denn... Wir haben die Möglichkeit, dass man bei uns auch Probewochen machen kann bzw. Probekartons bekommt, denn, das ist halt auch ein großer Vorteil von unserem Essen, man kann es ganz normal regulär in einem Heißluftofen aufbereiten oder auch in Teilen, wenn es nicht kross werden muss, auch in der Mikrowelle. Dank des flexiblen Ordnersystems der Menümanufaktur produziert diese auch nur die Mengen, die tatsächlich verzehrt werden, sodass wenig Abfall entsteht. So kann man sein Mittagessen mit gutem Gewissen genießen, gesund und nachhaltig.